Mesut Özil Mesut Özil's Berater schwört Arsenal die Treue Seit 2013 zieht Mesut Özil die Fäden im Arsenal-Mittelfeld. Seitdem legte er bereits zu 74 Toren auf. 43 Treffer erzielte er selbst. Unter dem neuen Arsenal-Trainer Unai Emery war der Deutsche in der Saison 2018-2019 jedoch häufiger als ihm lieb ist, nur Bankdrücker. Mittlerweile darf Özil wieder regelmäßig von Beginn an ran. Doch Arsenal sucht Medienberichten zufolge einen Abnehmer für Özil. Der Grund? Das hohe Gehalt des Ex-Nationalspielers. Er kassiert 20 Millionen Euro pro Jahr. Doch Özil will nicht weg. Das hat nun Erkut Zögüt klargestellt. Mesuts Blut ist Arsenal rot. Er wird seinen Vertrag mit Sicherheit erfüllen, sagte der Özil-Berater. Er wird bis mindestens 2021 bei Arsenal bleiben. Und die Fans müssen sich keinen Gedanken über das Gerede machen, er könnte im Sommer gehen. Er hat einen Ort gefunden, an dem er sich willkommen fühlt und glaubt, dass er noch viel mehr zu geben hat. Wie ist deine Meinung? Schreib uns in die Kommentare. Wenn du keine News mehr verpassen willst, abonnier unseren Kanal. Und am besten kick die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.